das liegt die lager so haben wir noch mal ein paar pflanzen mitgenommen ach seeliger erinnern immer immer diese roten medizin pflanzen mit aloe vera mitgenommen reichen aloe vera von nivea ist rot schwarze bernie ist man nicht nehmen weil ich nehme mir die ganzen pflanzen noch mit da ist das bau sehr die erinnerung ich glaube jetzt die cave oder wenn man hier reingeht oder nicht noch keine ahnung oder nicht da vorne irgendwo auch irgendwo ist die käfer echt oder das war mal eine käfer ja ich bin irgendwann da reingelaufen oder rausgekommen bei als zu private gezeugt hast oder was ja wo ich als ich dann aufgenommen hatte also meine erste da bist du da bist du doch so hier mal runtergepackt oder so war das nicht so ich bin mal in der höhle gewesen und bin einfach durch durch den boden gefallen haben wir ja dass du warst in der höhle das habe ich ja ich war oft in der höhle weil ich weil man früher mal wenn man gestorben ist in der höhe direkt gesprochen dass wir nach seinem ersten ach so das meinst du ja stimmt ja genau dann weiß ich dann habe ich mich dabei den ausweg also meistens war so später wo ich dann wo ich abgebrochen hatte das war tatsächlich war es denn so dass das war dass ich immer in der höhe gespawnt bin mit absolut kein essen und als ich gespawnt mit dem moment kamen monster haben mich getötet ja das ist natürlich dann richtig kacke das haben mega oft ich konnte nichts machen hätte natürlich noch nichts im zeitpunkt übrigens nicht der monster aber ich hätte manchmal kann man nicht da kloppen ja das ist manchmal komisch warum man die dann nicht mehr zerkoppen kann aber doch gar nicht kann man echt ich hab's müssen ein bein abgehauen und jetzt ein arm und jetzt noch ein bein ich hätte den schädel gern ich glaube ich ich kann das auch gleich noch mal zack ok aber die die explizit nicht mehr so geil wie vorher lustig man muss das jetzt habe ich am ohl ich habe bloß den kopf abgenommen ja man kann nicht man kann jetzt jetzt kann ich mir nämlich auch so eine coole waffe machen weiche von mir ich bin hier der meister auf auf heißer der meister auf heißer lol lässt du mal das bein von dem armen jungen jahr der braucht das nicht mehr ich bin ich ich kann ich nicht hingucken weg bei mir liegt ja immer bloß ohne kopf da aber das war nicht das was ich brauche ich brauche ein schädel und kein kopf dann habe ich in schädel wann war man glaube ich im dorf haben gegangen ich bin ich mal rum echt ja ich scheiße es fliegt aber die reise geflogen aber wir sind gerade los geflogen okay alles klar ich glaube dir das mal ja aber wir sind halt heil weg geflogen kann ich dafür so lass uns zum boot gehen im flug baseball unten auf dem boden baseball da ist der fehler ich habe ja endlich wieder der stein der weisen ach so ich könnte immer bei schickröten erfinden ja letztes mal hatten wir hier auch welche aber die waren waldrand mäßig aber gleich mal dann machen aber erst noch mal gucken müssen dann gehen wir zum brot untertauchen zum boot die segeljagd müssen wir uns fertig machen wenn das gehen würde dass wir außen das ist nicht cool hier hier gibt es schädel jawohl endlich komme ich rauf aufs boot und wie ich auch nicht doch jetzt jede und der axt hier und eine flair und jetzt noch und flair und flair und das ist einfach so aus dem hier macht das boot zu verpackt ja ich probiere mal nach wie weiter ich habe ich nicht ein habe ich keine axte kriegt mehr nein jetzt tatsächlich nicht ja das ist wieder runter gehen ja ist wohl ich würde gerne runter springen aber es geht ja ich will selbst machen da sprich oh gott jetzt bin ich runter gefallen so ich weiß noch mal auftauchen kennst du die unglaublichen die unglaublichen jahre ja bei wo es gewohnt er eine typ sich wurde ein typisch am anfang des films runter stürzt ja also ja vom hoch aus ja sich umbringen will und denn und denn jeder der der müssen können wir retten doch weiß ja ich verklagte ich du hast mir die rippe gebrochen ja du weißt was ich springen na und na und wie euer sogar sogar ja der braucht doch dringend mann die menschen dann kommt sowas ganz gelegen wenn man in der bank so jetzt wird es aber langsam nacht was er und es regnet toll danke danke wetter gott denn lassen sie mal kurz ganz schön ganz schön nacht wird jetzt gucken ja das ist eine gute idee bevor wir uns auf dem heimweg machen weil naja es wird dunkel wenn es dunkel wird ich finde ich unbedingt draußen sein ja da ist aber dabei ist es hell aber es wird ja keine ahnung wird sicherlich nacht aber ich auch die chance ich verpassen jetzt zu kriegen ja weil das wäre super wegen wasser und so das wenn ihr hört es weiß ja die nicht müden natürlich aber letztes mal war war ich an dem punkt wo ich wo ich die schildkröten wo ich da nichts machen konnte weißt du also ich habe sie getötet aber dem panzer konnte ich nicht mitnehmen ja es gibt mittlerweile erst was verletzt ab ich glaube ich erst ach so das war okay alles klar naja sehr sehr kurzfristig ist es nicht schuld an den stein willms erwärten scheiße nicht getroffen aber man hat mich nicht kommen doch nicht aber voll vorbeigeworfen ich kann schwer auch gott mein magen ist schon wieder leer müssen uns gleich mal ein kleines camp machen am strand noch ein zusatz camp machen können wir machen aber naja ich hasse das ich habe geschichte erfahrung schildkröte ja hier vor mir der schildkröte was geld ja erst mal nicht so tot sehr gut du bist tot geht doch so und jetzt habe ich hier im panzerform geliehen wenn man nicht mitnehmen kann wenn man nicht mitnehmen kann nicht tot nee nee ich habe ich schon noch diesen diesen ja ich auch aber wie oft soll man denn darauf haben keine ahnung ist auch eine weise alter wie man sich mal die er ist es nicht schildkröte alter das echten scherz und dachs ich höre immer noch die sounds aber irgendwie ich hab den ich hab den es ist kein nether die ist immer noch nicht tot jetzt alter ach so du musst du musst dann jetzt trage ich das die ganze zeit vor mir oben da ist ja super oh gott willst du was mitnehmen neig immer obwohl ne ne du hast du hast die schnellere axt und ein loch auf hast du es hier guck mal hier ein loch ne meinst du auch ne das ist ein toter dem der kopf meinst du meinst doch ist ne ne ja stimmt ein lochi aber das war doch kein lochi sondern war ein toter wir lassen sich schnell zurück genau du musst du beim bei schildkröten musst du warten bis die wieder rauskommen wenn du die töten willst so läuft der hase und dann kannst du noch mal drauf und dann sitzt dort da ist es stimmt ich sehe es das hat sich voll ist ein feuer löser gehört ja ist mein feuer ich habe ein feuer ja 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 das aber scheiße dann kann man gibt es mittlerweile irgendwie wagen also du kannst jetzt auch lochs hin und her ziehen mit dem block wagen echt ja da kannst du da passen sechs lochs sein oder so geil und wenn es so einen normalen wagen gibt für alles mögliche andere das wäre geil halt auch so viel schildkröten panzer und so also muss man müsste man lockt wagen bauen wenn wir unser haus baut man nicht ja definitiv da brauchen wir auf jeden fall ein weil das ist 108 boxe oder was das sind ja das sind dezent viele bäume ist auch voll sinnvoll unser haus da so egal was gerade an den füßen an den ratten also hier in school das ist ja süß wird er damit toll und ich hatte die jahre an das ich mich nicht mit gar nichts mit dem licht hier mit ich nämlich der außer cool zum ersten mal in die freunde ist es so lange warten und jetzt endlich auch endlich wir kommen ja fast die drehen muss ich erst mal einen kaffee trinken train trinken in der facecam aufnahme das kann ja nicht also vollkommen behindert aber ich bin ein bisschen täuscht dass wir immer noch keine monstern haben also ich bin ein bisschen froh dass es jetzt nicht passiert also wenn sich danach nicht passiert aber ansonsten ist irgendwie ein bisschen lo life das ist jetzt hier hätte ist bereits mehr dunkel aber ich habe mein feuerchen das ist das mega feuerzeug das hält einfach ewig ja wo sind sie direkt vor mir okay hättest du es mal nicht beschworen wir versuchen mal langsam weiter zu rennen weil ich kann auch nicht mehr rennen weil mein magen leer ist scheiße das ist richtig schlecht jetzt raschelt überall über grüßen hinter uns ist noch die verfolgen uns erst abgedreht okay ein stück alter und der witz war okay jetzt haben wir noch ausrechnen wir haben doch unser action ich höre es überall rascheln das ist voll wow ach du bist das auch gott sei dank ich wollte schon schreien ich darf rückwärts ja sehr geil war ich einfach ich habe das hinter dir ist ja es ist das ist taktik das ist taktik das ist ja das ist protection für everyone so klar ist es wenn es nachbar dass das monster kommen dass wir wollen muss das größte musik im bauen muss ich mal gucken ob ich was schöne musik okay ich glaube wir haben es abgehangen ich glaube auch ich glaube die verfolgen uns gerade nicht ich hoffe es aber zumindest haben wir zum ersten mal gesehen die monster vorher hat man nur ach so stimmt ja jetzt die anderen ja die ur-reinwohner weiß nicht genau dass das dorf jetzt oh gott falls ihr wisst wie man ur-reinwohner von monstern von kannibalen unterscheiden kann man kann unterscheiden ich das weiß ich zufällig auch aber ich weiß nicht woran ja das war das war das war ein krankes eichhörnchen das hat aus dem see getrunken wo wir auch raus getrunken haben ja gut verstehe ich muss auch so eine dumme geräusche machen was ist pen and paper ja ja pflanzen mitnehmen oh gott ja jetzt laufen wir mitten durchs dorf das superschlau hi ich wollte nur übernachten hier ist jetzt mutter nur frei oh gott ich nehme mal noch ein paar grüßen mit am park los mit einfach klauen das würde ich freuen und ich hätte mal lieber nicht die bären und wenn ich wirklich liegen aber dass das nur hinter dir hinter dir auf dem boden mein tod jawohl gleich mitnehmen ich habe gerade im glaube ich ein monster gehört ja ich weiß die ganze zeit hinten schreien älter übel scary ja ich glaube das sind keine monster schreien die weil ich glaube die schreien so nicht doch doch die schreien schreien die so hoch und monster sicher ich glaube ja aber wir haben uns jetzt gesehen und er ist ja weggelaufen zu seinen freunden ich denke mal wirklich wird jetzt die frohe kunde überbringen ja das menschen gefunden genau frisches fleisch und ich schätze mal wir werden in nächster zeit nicht mehr ganz so alleine sein wie zuvor das schätze ich auch mal aber wenigstens sind wir jetzt gleich zu hause dann können wir uns schon mal das dings machen war sehr wenigstens ein bisschen erfolgreich hier geht es tief runter ja ja wir haben also wir haben das gefunden also ist auch die gute achse kriegt ja alles super hier sondern durch das weg im land wir sind wir sind dafür losgegangen und haben es gefunden ja also ich würde sagen voller erfolg und wir haben uns zu gesehen und sondern auch gesehen und jetzt spannung hier gerade spannung haben es noch nicht gekämpft aber wir hatten also ich muss sagen wir ganz schön sie gegangen gerade aber geil ist dass das hier richtig hell ist wo wir wohnen in der nacht ja ja ist übel das ist voll geil sternen himmel denn im himmel so jetzt können wir uns da endlich mal das wasser ding hier fertig bauen sehr geil was der reo ja voll cool aus ja irgendwie schon mal ist der fast macht aus schmacht dies eis so warte mal ich guck mal schnell nach dem wagen wo wir den auch immerhin finden dann guck mal nach den wagen ich werde mal in der zwischenzeit mal hier ein bisschen das fleisch hier ist das wie aus es gibt hier es hier ein dreigen rack da kannst du dreigen und preserving mit ja aber ich weiß es noch geworden ehrlich gesagt das ganz geil so aber gut aber im tas ist gerade die sind voll dezent ja die ich guck mal ob ich das mal schnell das war hier nicht was erst mal was erst mal sein denn denn happy happy fertig ja sofort ich wollte bloß mal ganz schnell gucken wegen dem wegen dem wagen weißt du log shield war das nicht stickholder hier doch doch schild muss das sein